Meghans BR-Team behauptet, dass Prinz Harry und Archie in einem seltenen Familienfoto verblüffende Ähnlichkeit haben. In einer exklusiven Enthüllung veröffentlichte das BR-Team von Meghan Markle einen nie zuvor gesehenen Familien-Schnapschuss und behauptete, dass Prinz Harry eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihrem Sohn Archie habe. Die Sars-Axis begrüßten ihr erstes Kind, Archie, im Mai 2019, etwas mehr als ein Jahr nach ihrer prunkvollen Märchenhochzeit in Windsor. Noch weniger als acht Monate später verblüfften sie die Welt, als sie ihre Entscheidung verkündeten, aus der königlichen Familie auszutreten und in die Vereinigten Staaten zu ziehen, um mit ihren Söhnen ein neues Leben zu beginnen. Im Juni 2021 wuchs ihre Familie auf vier Personen an, als sie voller Freude ihr kleines Mädchen Liliet begrüßten, benannt nach Harrys Großmutter, Königin Elisabeth. Seit ihrem Ausscheiden aus der königlichen Firma Anfang 2020 hat das ehemalige Königspaar konzertierte Anstrengungen unternommen, um ihre Kinder vor dem öffentlichen Rampenlicht zu schützen. Allerdings entdeckten aufmerksame Fans kürzlich einen seltenen Schnappschuss des kleinen Archie, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Vater aufweist. Fans von Meghan und Harry kommentierten das herzerwärmende Bild von Harry und Archie beim gemeinsamen Spielen und bemerkten die unheimliche Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn. Der Schnappschuss erschien im Vorspann der Netflix-Serie der Sussexes, in der Harry und Meghan strahlend lächeln. Harrys ansteckendes Lachen im Hintergrund spiegelte genau das Grinsen wider, das auf dem Foto festgehalten war. Während viele königliche Enthusiasten zuvor die Ähnlichkeit zwischen Archie und seiner Mutter hervorgehoben haben, argumentieren einigen nun, dass der junge Prinz eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit seinem Vater hat, insbesondere mit seinen feuerrotten Haaren. Im Laufe der Jahre gab es weiterhin Verdächtigungen hinsichtlich der Geburt von Archie, und es gab Spekulationen über eine Leihmutter. Widersprüchliche Berichte und Revisionen über den Zeitpunkt und den Ort seiner Geburt befeuerten diese Gerüchte. Einige stellten die Frage, ob Meghan die Kinder tatsächlich zur Welt gebracht hatte oder ob es sich um Leihmutterschaft handelte. Unstimmigkeiten in Ankündigungen, Unterlagen und Berichten über die Schließung medizinischer Einrichtungen trugen zusätzlich zu diesen Spekulationen bei. Meghans alte und angebliche medizinische Vorgeschichte, einschließlich Berichten über eine Hysterektomie, wurden als mögliche Faktoren eingeführt, die die Leihmutterschaftstheorie stützen. Foto- und Video-Unregelmäßigkeiten, etwa Veränderungen in Form und Bewegungen von Meghans Babybauch, verstärkten die Skepsis. Kürzlich entdeckten Quellen Aufnahmen einer mysteriösen schwangeren Frau in einem braunen Kleid beim Commonwealth-Gottesdienst 2019. Sie stand lächelnd vor der Westminster Abbey, bis Harry und Meghan die Abtei verließen. Auch Meghan war zu diesem Zeitpunkt sichtbar schwanger. Obwohl niemand mit der Frau interagierte, stand sie in unmittelbarer Nähe der königlichen Familie. Harry und Meghan schienen ihre Anwesenheit zu bemerken und blickten kurz in ihre Richtung. Anschließend wandten sie jedoch ihren Blick wieder der Menge zu. Diese Begegnung ließ einige spekulieren, dass sie die Leihmutter sein könnte, ähnlich einer Figur in einem Film, der Harry ihre Schwangerschaft offenbart. Eine vor einigen Jahren aufgestellte Theorie besagte, dass Meghans nicht der Ashley als Ersatz für Lilliet fungiert haben könnte. Diese Spekulationen halten an, da die Öffentlichkeit sehnsüchtig darauf wartet, dass Harry und Meghan ihre Kinder öffentlich vorstellen und die Wahrheit preisgeben. Einige glauben, dass die einzige Möglichkeit, das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und die Gerüchte zu zerstreuen, darin besteht, dass das Bar die DNA seiner Kinder preisgibt und an der Öffentlichkeit deutlich auftritt. Das Rätsel um Archies Geburt fasziniert die Öffentlichkeit weiterhin und macht sie gespannt auf Antworten vom Herzog und der Herzogin von Sussex.